Na alle zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir nur als Ventier unterspielen können. Und zwar schimpft sich das Toy hier Sonnenschirm der Gräfin. Und wo wir das herbekommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Ihr braucht als erstes einen Ventier Char. Und wenn ihr den habt, müsst ihr euren Gluthof ein bisschen upgraden. Der Gluthof ist das Special Pact Feature der Ventier. Und beim Gluthof ist es so, dass ihr immer einen Hof ausrichten könnt. Und dann startet wöchentlich, könnt ihr das einmal machen, ein kleines Szenario. Und ihr müsst quasi eure Besucher gnädig stimmen, dass sie freundlich drauf sind. Und dementsprechend, wie gut ihr die stimmt, bekommt ihr dann Loot, um es vereinfacht zu sagen. So, ihr braucht, um dieses Toy zu erspielen, euren Gluthof auf 4. Warum braucht ihr den auf 4? Wir haben nämlich hier eine Kanne-Gäste-Liste. Und umso höher unser Gluthof ist, umso mehr Gäste können wir gleichzeitig einladen. Und umso tollere Gäste können wir einladen. Und auf der, quasi auf Rang 4, können wir den 4. Gast einladen. Und der 4. Gast, da ist es unter anderem in einem Pool von ein paar Gästen, auch die Gräfin drin. Und die Gräfin droppt, wer hätte es gedacht, Sonnenschirm, die Gräfin. Dementsprechend braucht ihr den Gluthof auf 4, sonst habt ihr die Gräfin nicht als Gast. Könnt ihr die nicht positiv stimmen und dementsprechend die Glutkiste von ihr bekommen. Ich habe die Kiste quasi beim ersten Gluthof, wo ich den jetzt hier auf Rang 4 hatte, bekommen. Ich habe, wie ihr seht, hier noch kaum Ruf bei den ganzen Typen. Also der Ruf ist unabhängig. Und auch der Ruf beim Gluthof ist bei mir erst auch freundlich, weil ich auf dem Twin noch nicht tatsächlich so viel gemacht habe. Zur Drop-Chance kann ich euch jetzt nicht sonderlich viel sagen. Ich habe es beim, wie gesagt, ersten Mal bekommen, wo ich die Gräfin dabei hatte. Das habe ich auch bei ein paar anderen Leuten gelesen. Das muss aber nicht der Fall sein. Ich habe die Gräfin auch nicht sonderlich hoch gehabt, weil ich auch noch nicht sonderlich viele Special-Funktionen hier im Gluthof freigeschalten habe. Ich habe es gerade so geschafft, dass alle so halbwegs zufrieden mit mir waren und der Sonnenschirm war drin. Also es ist nicht von Nöten, dass ihr die Gräfin auf super duper freundlich eingestellt zu euch haben müsst, sondern ihr braucht lediglich nur so ein bisschen positiv und dann kann es auf jeden Fall drin sein. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze an, was das Toy macht. Zieht für 15 Minuten einen grünen Sonnenschirm hervor, der es euch ermöglicht, bei eurem nächsten Fall gefahrlos herabzuschweben. Solche Toys kennen wir ja schon. Ich würde sagen, wir setzen das jetzt einmal ein. So, Sonnenschirm ist eingesetzt, beziehungsweise gelernt. Jetzt können wir ihn einsetzen. Und jetzt müsste es so sein, wenn wir irgendwo runterfliegen, dass wir dann nicht quasi schnell hinabrauschen, sondern so ein bisschen gleiten können. Jetzt gucken wir mal. Hat schon mal gut geklappt. Okay, testen wir das mal nochmal. Vielleicht war der Sturz zu gering. Jetzt testen wir das mal nochmal. Ah, okay, also es braucht ein paar Meter, wenn ihr so einen kleinen Sturz noch habt. Dann wird er nicht ausgelöst. Hält jetzt, ich glaube, 12, 13 Sekunden waren es. Ist ganz nett. Kann vielleicht bei dem einen oder anderen Sprung den Goblin-Gleiter ersetzen. Goblin-Gleiter hält natürlich wesentlich länger. Ich habe euch jetzt, glaube ich, mittlerweile schon drei Toys, die ähnlich sind. Drei verschiedene Sonnenschirme. Sonnenschirm, genau, das ist jetzt der dritte Sonnenschirm. Die machen alle Ähnliches, haben alle eine Viertelstunde Abklingzeit. Wenn ihr alle drauf habt, könnt ihr euch vielleicht den einen oder anderen Goblin-Gleiter sparen. Spart ein bisschen Gold. Ist wahrscheinlich auch eine ganz nette Angelegenheit. Gut, so viel jetzt dazu. Um es nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Also, ihr braucht ein Venture-Jar. Ihr müsst euer Special-Gebäude. Also, jeder Covenant hat ja ein Special-Gebäude. Bei den Necolords hast du diese Monsteritäten-Fabrik. Bei den Venture hast du den Glutpakt. Bei dem Nightfee hast du dieses Konservatorium der Königin. Und immer dieses Special-Gebäude braucht ihr halt. Und hier bei den Venture, um dieses Toys zu kriegen, halt den Gluthof. Das kostet auch ein bisschen Ressourcen. Also, ihr müsst da schon einiges reininvestieren. Sowohl an Anima als auch an Seelen. Ich meine, Rang 1 kostet euch 1.000. Rang 2 5.000. Rang 3 waren es, glaube ich, 10.000 Anima. Und für Rang 4 braucht ihr dann sogar nochmal 12.000 Anima. Heißt, wenn ihr euren Gluthof hochbasteln wollt, braucht ihr einiges an Anima. Und Seelen sind da natürlich auch noch mit dabei. Zusätzlich ist es dann so, wenn ihr den Gluthof ausrichten wollt, müsst ihr davor hier, ja, die Gäste einladen. Und diese Gäste einladen, müsst ihr halt immer hinlaufen und auch nochmal eine Daily für die ausführen. Und dann werden diese Gäste erst aktiviert. Heißt, ihr müsst ein bisschen Vorarbeit leisten. Habt ihr das aber dann einmal geset-uptet, könnt ihr den Gluthof anfangen. Habt dann, glaube ich, so um 8, 9, 10 Minuten, irgendwie sowas müsste es sein, um dann dementsprechend, ja, das durchzuspielen. Da müsst ihr dann die Gäste halbwegs erfreuen. Und wenn ihr die Gräfin erfreut, dann könnt ihr das Toy bekommen. Hier seht ihr es nochmal. Ich habe den Gluthof hier auf 4 abgegradet. Man kann ihn auch mal auf 5 hochbasteln. Da gibt es dann auch nochmal ein paar Modifikationen, wo es dann ein bisschen einfacher werden wird. Gut, das soll es aber für den kleinen Toy-Guide gewesen sein. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr euch positiv wettet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Taylor, bis zum nächsten Mal. Ciao.